Liebe Allemann, das zweite Allemannia packt es an. Führt mich heute und das freut mich besonders zu unserem neuen Partner Top Tank Cleaning. Und zwar sind wir hier in einem kleinen Vorort von Aachen. Wie hieß der nochmal? Köln. Ah ja, Köln. Hier sitzt Top Tank Cleaning und wir zeigen euch mal, was die denn alles machen. Und ja, ich pack mal mit an. Musik So, dann wollen wir nochmal da rein. Musik Ali, danke, dass ich jetzt auch mal eine Pause machen darf. Wie viele haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 30 LKWs, sind noch früh am Tag. Noch 60 bis 65 müssen wir noch machen. 60 bis 65? Ja. Ich glaube, dann brauche ich jetzt erstmal eine Stärkung. Kannst du auch gleich noch ein zweites Würstchen haben, damit mehr Power hat. Ich glaube, ich brauche auch ein zweites. Musik Ali, den hier heute noch, dann bin ich durch, oder? Den und die, die du durchfassigst auch noch alle. Musik Oh, nee. Haben wir noch was vor uns, oder? Okay, ich gehe ja schon. Kannst los. Warte mal, warte mal eben bitte. Musik Nicht mit mir. Musik Lieber Alemann, 83 LKWs später. Es hat total Spaß gemacht. Danke an Ali. Ich hoffe, du findest bald den Weg wieder auf den Tivoli. Hier gibt es ja, glaube ich, keinen Fußball in diesem Vorort. Und ja, wir danken Top 10 Cleaning für die Unterstützung in der kommenden Saison. Und ja, wenn ihr mal ein Silo-Fahrzeug zu reinigen habt, jetzt wisst ihr, wo ihr hin müsst. In dem Sinne, wir sehen uns. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020